Jo, moin, grüßt euch. Ich habe euch mal einige Dinge wieder für Viper rausgesucht, diesmal auf Split, weil ich einfach finde, dass Viper im Moment sehr, sehr stark ist und auf allen Maps spielbar ist, solange man Viper halt beherrscht und dafür ist das Video. Gerade die Fixpunkte sollte man nicht immer können für Afterplant, das ist ja gerade das Starke an Viper und natürlich auch eine Möglichkeit, wie man als Defender decken kann. Ja, das wollte ich euch einfach mal wieder zeigen, was ich hier so herausgefunden habe und vielleicht könnt ihr da wieder was von mitnehmen. Und einsetzen in den nächsten Matches und seid dann auf jeden Fall stärker hier auf der Map mit Viper. Also, wir fangen mit Defender an, danach besprechen wir den A-Spot, dann den B-Spot. Ich würde sagen, man spielt Viper auf jeden Fall hier im Heaven. Und aus dem Grund, weil ihr hier, ihr lauft hier gegen die Wand, luckt euch, geht hier auf den Strich drauf, steht auf, geht dann hier an die Kante und geht rechts rüber auf das Licht, werft mit Linksklick. Ihr habt hier halt einen coolen One-Way, wo ihr sehr viel sehen könnt. Also, wenn sie da wirklich vorgehen, haben die keine Chance. Und sie selber sehen halt wirklich so gut wie nichts. Selbst wenn sie hier aimen, können nichts sehen. Wenn sie hier hinten aimen, können sie nichts sehen. Also, keine Möglichkeit. Der One-Way ist super, super strong. Aber ihr seht halt richtig gut. Dann, den ihr auf jeden Fall werfen. Dann, um eure Mates zu supporten, macht ihr diese Wall zum Beispiel. Ihr geht hier an die Wand und macht eine sehr, sehr aggressive Wall. Ihr probiert, dass ihr eure Wall über die Kiste macht und dann hier hinten an die Kante. Also, ungefähr so dann. Wenn ihr zu weit vorne steht und das nicht richtig passt, dann müsst ihr halt immer so ein Stück zurückgehen, bis ihr die Kiste treffen könnt und hinten die Wall. Warum machen wir das? Weil dann die Wall über die Kiste geht. Somit kann man hier hinter noch hocken, ohne dass die Attacker schon direkt checken können, ob dahinter einer hockt. Also, sie können das halt höchstens pre-feiern. Das heißt, man kann auch nochmal hier an der Kiste hocken, wenn die Wall zugeht. Und kann dann plötzlich rausziehen, so überraschungsmäßig. Muss jetzt nicht Viper selber machen, aber zum Beispiel Maid, wenn er da Bock hat. Oder er steht hier mit einer Flash. Wenn die Wall dann runter geht, flasht er rum und zieht mal rum. So, und das gleiche habt ihr auch für die A-Spieler. So, sie sagen dann an, jo, viele Steps A. Viper macht die Wall auf. Dann kann man hier aggressiv halten. Ne, sie haben dann direkt Probleme, weil die Wall schon hier vorne ist. Was man dann selber aber machen kann, wenn man Flasher im Team hat, man flasht hier dann zum Beispiel selber durch die Wall durch und zieht einmal raus. So, das erwarten die nicht unbedingt. Weil sie eh denken, dass man defensiv hinter der Wall steht. Aber gerade wenn man Flashes hat, kann man dann auch mal die Wall nutzen, um da mal raus zu flashen und dann einfach mal zu peeken. Oder man macht es halt mit dem Timing, dass man sich zum Beispiel, macht die Wall auf, versteckt sich aber hier in der Kiste. Man sagt dann Viper an, jo, Wall zu. Dann macht man die Wall zu. Und in dem Moment kriegt der von einem Maid zum Beispiel, der da oder steht, eine Breachflash hier durch die Kiste und dann probiert man hier zu peeken, in diesen ganzen Bereich. Als Beispiel, ne? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Diese aggressive Wall ist natürlich nur gut, wenn man noch Flasher im Team hat. Und es ist natürlich schwer in Ranked, sich dann da so gut abzusprechen und vor allem auch, dass alle das machen. Aber, ja, ich zeige euch ja nur Möglichkeiten, was man damit alles machen kann. Hier ist es natürlich dann auch zu, ne? Wenn sie dann drauf gehen wollen. Kann man auch gut abaimen. Muss dann hier oben ein bisschen aufpassen, weil es oben an der Hochport hat. Aber, ja. Das ist die erste Wall für den Defender. Man selber hat ja auch noch seinen One-Way-Orb da oben, ne? Mit dem man decken kann. Sobald man kein Gift mehr hat, wirft man sein anderes Gift gegen, damit es wieder auflädt, also seinen Tank sozusagen. So, man aimt dann hier. Okay, Gift geht weg. Kann One-Way wieder aufmachen, kann wieder peeken. Hat wieder ein bisschen sein Gift. Kann dann notfalls nochmal gegen giften, ne? Und so weiter und so fort. So kann man hier lange aufhalten. Das sind die Möglichkeiten als Defender. Dann eine andere Wall. Hier rangehen. Das ist die zweite Wall, die defensivere. Da probiert ihr so zu aimen, dass ihr diese Kiste trefft, so ein bisschen. Und halt einfach, also im Endeffekt einfach geradeaus. Versucht einfach die Kiste da zu treffen. Und, äh, so ungefähr. Ja. Hier hinter kann man nicht wirklich stehen, weil man würde einen durch die Wall sehen. Man kann es auch notfalls noch einen Ticken weiter nach links machen, aber da will keiner hinter gehen. Derjenige, der in Robes ist, kann hier gut abdecken, weil die ihn erstmal pushen müssen. Man kann auch von hier einfach abdecken. Ne? Die müssen ja durch die Viper Wall. Und die, die hier decken. Mach jetzt gleich nochmal auf hier. Die können das auch wieder hier spielen, ne? Die können zum Beispiel mal mit der Wall offen. Jetzt hier wieder eine Breachflash durch, weil da ist ja die Kiste. Das heißt, sie werden blind dann. Und dann zieht man hier mal wieder rum. Oder halt Phoenixflash. Ich glaube echt, dass man Viper auf jeden Fall Safecall mit Sky spielen muss oder mit Phoenix oder halt mit Breach. So oder so. Du brauchst diese Kombi einfach. Sky und Phoenix zum Beispiel zusammen ist, denke ich, sehr, sehr stark. Naja, auf jeden Fall habt ihr hier dann ein bisschen defensivere Wall. Wenn ihr nicht mal, ihr braucht ja auch nicht unbedingt flashen, dann könnt ihr hier einfach defensiv abaimen. Aber sie müssen halt erstmal durch. Man muss natürlich selber auch aufpassen, dass die Gegner nicht durchflaschen, ne? So und der Spot-Spieler hat dann auch die Wall halt schon da. Muss man ein bisschen aufpassen, dass da oben keiner aimt. So ein bisschen, weil er ja da drüber sehen kann, wenn er da hochportet wieder, ne? Auf dieses kleine Plateau. Aber das ist so ein bisschen defensivere Wall, wenn man die mal möchte. Also entweder die offensive hier vorne oder die defensivere. Aber so kann man die Arme jetzt auf jeden Fall gut supporten. Man kann den Rope-Spieler supporten mit der hinteren Wall. Man kann sich selber supporten, wenn man einfach mal die Wand aufmachen will. Oder wenn jemand crossen will von Ropes hier rüber. Wenn man die vordere Wall hat, ne? Viele Möglichkeiten, mein da. So und was auch noch nice ist, warum man dann, oder warum man überhaupt B-Heaven dann spielt. Wie gesagt, du hast den One-Way. Passiert aber auch B-Was, hat man mit Viper eine super, super nice Ability wieder, um aufzuhalten, nämlich einfach wieder das Gift. So und schon können sie nicht rausrennen. Und diese, das reicht dann schon, dass sie nicht raus wollen. Und wenn sie rausrennen, kriegen sie Double Damage. Sind also schnell tot. Und wenn sie nicht rausrennen, hat man sie aufgehalten und dann steht man hier schon wieder ready, ne? Also Viper im Heaven hier zu spielen, macht schon sehr viel Sinn. Das sind so die Defender Sachen erstmal. So wie ich es üben würde. Müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. Noch nebenbei könnt ihr andere Sachen noch mit einbauen, aber so habt ihr auf jeden Fall erstmal einen Gameplan, was ihr machen könnt. Ja, jetzt machen wir weiter mit dem A-Spot. So. Also. Als Attacker besprechen wir jetzt noch die Attacker-Seite. Am A. Eine gute Wall ist hier in Suas, direkt bei dem Strich hier. Hin-Aim. Bisschen weiter rechts vom Strich, nicht mitten drauf. Einfach am besten ein bisschen rechts daneben Aim. Und dann abfeuern. Habt ihr einmal eine Wall, die euch hier halt deckt. Da können die nicht wirklich rüber schauen, außer sie springen so. Aber dann können sie dabei, können sie ja nicht schießen. Die soll ich nur so ein bisschen decken. Und das Schöne ist halt, sie macht komplett Heaven zu. Man kann auch nicht hinter der Wall entlang rennen. Weil man dann die Waffe durch sieht oder auch den Buddy. Also entweder benutzt man die Wall. Da ist es nämlich dann auch so, dass derjenige durch muss und dann steht er schon ziemlich offen rum. Das ist eine Wall, die ihr machen könnt. Oder ihr geht ein bisschen höher. Hier hin ungefähr. Auf diesen Strich dann. Eigentlich im Endeffekt achtet nicht auf den Strich. Ihr seid ungefähr auf der Höhe von hier, von dem Plateau hier. In der Pose, wo man sein kann. Und wenn ihr da steht, dann seid ihr ungefähr richtig. Und dann aimt ihr einfach zum Fenster hin. So ein bisschen davor. So ungefähr. Die ist noch ein bisschen safer, die Wall. Weil sie hier natürlich ein bisschen höher ist. Das heißt, derjenige kann hier hinter nicht mehr wirklich springen und kann keine Infos sammeln. Und sie macht hier einfach nur dazu. Die Wall ist schon sehr, sehr gut. Ich wollte euch nur einfach beide Varianten zeigen, weil umso mehr man weiß, umso besser ist es. Aber das ist auf jeden Fall die zweite Wall, die man machen kann. Und ja. Wenn ihr keine Wall benutzen wollt, weil ihr die safen wollt, oder beziehungsweise ihr aimt zum Beispiel hinten, zählt den mit Operator ab, habt ihr die Möglichkeit noch, wenn ihr dann nicht die Wall benutzen wollt, hier ganz an die Kante zu gehen und dann einfach auf diesen schwarzen Punkt da oben zu aimen und dann werfen. Dann könnt ihr nämlich mit eurem Orb einfach Heaven absmoken und geht einfach mal nur so auf den Spot drauf. Das Schöne bei dem Orb ist, Heaven kann nicht peaken und derjenige, der hier unten hockt, der sieht auch nicht wirklich was. Der muss ganz vorne in die Kante gehen und dann sieht man schon halb seine Waffe und wenn er später rauszieht, also wenn er aufstehen will und richtig rausziehen will, ist er erstmal noch in der Giftwolke mit seinem Kopf und sieht nichts. Deswegen mit dem Orb macht man auch direkt die Pose hier so ein bisschen weg. Natürlich nicht 100% safe, aber der hat auf jeden Fall da keinen Spaß. Dann die andere Möglichkeit ist, ihr habt die ganz normale Wall gemacht, dass ihr hier zugemacht habt und da oben zugemacht habt. Dann geht ihr hier einfach dann aimt bei dem Strich hier genau dazwischen. Also nicht auf den Strich gehen, sondern hoch und dann hier dahin und dann macht ihr wirklich nur eins, ihr drückt nur einmal ganz kurz W nach vorne laufen und drückt sofort links klick. Also ganz, ganz kurz noch. Und dann habt ihr den Orb hier hinten liegen und hier kann keiner aimen. CT sieht auch nichts und ihr habt hier hinten noch abgesmogt. Dann mit der Wall verknüpft, habt ihr eigentlich alles. Dann kann da hinten nichts aimen, da oben kann nichts aimen. Klar, man muss aufpassen, dass er nicht schon rausgerannt ist, ob hier oben einer ist. Ansonsten muss man halt nur gegen den Spot gehen. Und man muss natürlich diesmal hinter Flowers checken, da muss man so oder so immer checken. Aber habt ihr auf jeden Fall beide Orbs, einmal den für hinten CT von hier und einmal den für Heaven und ihr habt die beiden Walls. Das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich für A. was man auch machen könnte. Das kann man natürlich alles freestylen. Man kann sich auch zum Beispiel mal eine Wall einfach zum Beispiel von, wenn man hier eingenommen hat, man ist dann hier, man macht sich einfach mal eine Wall so hin und macht die dann auf und wirft gleichzeitig den Orb da oben hin. So, das Gute bei der Wall ist, Spot kann euch nicht abäumen, hinten kann euch nicht abäumen, also hier auch nicht hier so wirklich, kann man nicht sehen. Das heißt, die können zwar hier rausgehen oder auf Spot, aber da kann man dann halt wieder mit Skyflashes gut arbeiten. Da oben liegt dann der Orb. Ich kann die einmal kurz hinwerfen, einfach so schnell. Macht den Orb auf und die Wall. Dann geht man vor, hat hier oben gecheckt, checkt da, muss hier natürlich nochmal aufpassen, close. Und dann kommt eine Skyflash durch die Wall durch und man springt hier raus. Oder halt eine andere Flash. Omen Flash, hinter Screen, Breach Flash, hier durch, sonst war irgendeine Flash, ne? Deswegen, also mit Viper auf jeden Fall noch einen Flasher dabei haben. Also die Wall ist auch nicht schlechter als Attack. So, dann machen wir weiter mit den ganzen Fixpunkten. Die sind halt super, super wichtig. Die sind alle von hier oben. Ich gucke mal kurz den Orb wieder. So, also. Ein Orb haben wir. Der ist hier. Dieser kleine weiße Punkt, den ihr hier seht, ne? Den packt ihr auf diesen schwarzen Strich ganz unten drauf. Also einfach so. Dann habt ihr den Orb schon mal. Für hinter Screen, falls dort gelegt wurde. Ihr seht es auf dem Minimap, wo der Orb liegt. Und dann könnt ihr ihn aktivieren, wenn defused wird. Oder allgemein auch schon Formen defusen. Und das Gift ist ganz einfach. Ihr geht hier an dem Strahl hoch. Ihr seht ja hier den Strahl in der Luft. Und ihr geht so weit hoch, bis eure Buchstaben hier unten auf dieser grauen Linie sind. Also über im Endeffekt hier den Pflanzen. Also hier an der Linie hoch. So, jetzt sind die Buchstaben auf der grauen Linie. Und dann könnt ihr euer Gift rausrauben. Und da mit dem Orb zusammen haben die keine Chance. Vor dem Orb mal wieder. Dann nächster Fixpunkt für im Endeffekt hier, ich nenne es jetzt einfach mal Default Plant. Das ist ja offengelegt. Deswegen hier ist, die meisten Leute legen einfach hinter Spot da direkt. Da einfach bei dem Strich hier, den ihr seht, einfach sobald ihr die Pflanzen berührt, Strich runter und sobald ihr die Pflanzen hier oben berührt, einfach werfen. Linksklick. Auch ganz, ganz einfach. Und das Gift auch richtig easy am, an diesem Strahl wieder hoch bis auf diese Haushöhe sozusagen. Da dann rechts rüber. So, wieder beides perfekt da und können nicht defusen. So, dann nächster Fixpunkt. Diese kleine Lücke hier in dem, also ihr seht ja hier dieses ganze Gestrüpp sozusagen und hier ist eine kleine Lücke. Da gibt es zwei Möglichkeiten, habe ich rausgesucht. Einmal, ihr aimt genau in diese kleine Lücke zwischen den ganzen Gestrüpp da rein, wo ihr dann den Himmel da seht und werft. Das sieht nämlich dann so aus. Auch ganz nice. Liegt es nämlich oben auf der Kante. Wenn man offengelegt hat da und er hier defusen will, und der Orb geht auf, dann hockt er im Orb und die Leute können ihn von außerhalb die Füße sehen. Das heißt, die können ihn auch viel besser abschießen, als wenn der Orb da einfach nur unten liegt. Auch wenn die Leute noch hier oben sind, sehen dann schon perfekt von wo er defused. Ah, okay, da hockt er. Weil man halt ihn halt sieht. So, das ist super, super nice, wenn wirklich ganz in der Ecke gelegt wurde. Ansonsten, wenn ihr seht, okay, es wurde hier so gelegt oder ja hier so weiter außen, dann auch ähnlich. Geht hier wieder drauf, aber anstatt ihr jetzt diese Lücke benimmt, aimt ihr hier auf das Blatt und bisschen oben drüber, einfach so. Also nicht Lücke auf das Blatt und oben drüber, direkt links davon und dann werfen. Dann preilt er hier ab und liegt diesmal hier. Den könnte man auch benutzen, wenn hier gelegt wurde. Das kann man, man kann sich auch einfach nur den merken und hat man direkt für beides. Aber ich wollte euch beide wieder zeigen, weil der andere ist halt wirklich nice, wenn wirklich hier gelegt wurde. Wenn da dann gelegt wurde, dann macht den anderen. Und wie geht das Gift dahin? Auch ziemlich easy. Ihr geht hier in die Lücke rein, geht nach ganz oben und aimt auch wieder auf diese Dachhöhe sozusagen und schießt einfach. Diesmal genau an der Kante. das ist genau dort für wenn wirklich wieder close dran gelegt wurde, wo man auch den Orb oben drauf legen kann. Also eigentlich sehr, sehr easy. Man muss ja nur an die Ecke da oben eben. Ja. Wenn man ein bisschen weiter hinten gelegt wurde, also hier sozusagen, dann müsst ihr nur von der Ecke da oben ein bisschen weiter runter eben. Ein bisschen höher eben, sorry. So, auf der Höhe hier zum Beispiel von dem Licht, weil dann fliegt er noch ein bisschen weiter zu euch und dann ist auch dann ist auch das hier mehr gehittet, ne? Also entweder Dachkante oder ungefähr auf der Höhe des Lichtes oder sogar noch ein Stück höher, ne? Muss man schauen, wie gelegt wurde. Umso höher man geht, umso weiter fliegt das Gift in die Richtung hier. So, dann haben wir noch einen Fixpunkt haben wir noch, nämlich für hier hinten. Gift ganz einfach eigentlich wieder, ihr geht hier wieder in die Lücke rein, ne? So, wie ihr hier die Lücke hattet, geht ihr diesmal in diese Lücke. Geht dann so weit runter in der Lücke, bis ihr auf dem Metall seid. So. Falls hier hinten in der Ecke gelegt wurde, hier wird ja auch öfters mal im Rank gelegt, ne? Einfach hier hinten. Dann habt ihr den Orb dafür. Meistens ist es aber eh so, dass ihr mindestens einmal mit am Spot wart. Sagen wir mal zum Beispiel ihr wart mit hier, ihr wart Flowers oder so, ihr habt hier abgedeckt, dann habt ihr euren Orb, werft den Orb von hier auf die Bombe und geht langsam wieder zurück, macht zum Beispiel eure Warlof, die ihr hier habt, könnt dann hier abdecken und dann müsst ihr eh erst mal so ein bisschen Rampe halten. So, und dann spielt ihr halt auf eure Fixpunkte. So, und der Fixpunkt für da hinten ist eigentlich ganz einfach. Anstatt hier bei dem Strahlhoch, geht ihr hier wieder bei der Lücke weiter hoch und ihr geht so hoch dass ihr dieses Ding hier von dem Teil, das packt ihr genau unter diesen linken Strahl. Also genau so im Endeffekt. Es ist nicht ganz von hier so hoch. Achtet einfach nur auf das Symbol hier. am einfachsten denke ich. Genau hier dieser Punkt. Einfach oben dran legen. Und dann habt ihr wieder die komplette Ecke hinten. Dann macht ihr den Orb auf damit und dann könnt sie nicht defusen. Das sind eigentlich alle Fixpunkte für den A-Spot von der Position. Ich finde halt, dass man von hier oben, wenn dann offen gelegt ist, eh keinen Fixpunkt braucht. Dann kannst dir einfach hier hinten in der Ecke hocken und machst so. Das kriegt man ja vom Feeling hin schon. Oder du springst notfalls einmal und schießt so hin. Und hinter Spot machst du so Bande. So ungefähr. Bisschen doller noch. Also gut, wenn du Heaven bist und hinter Spot wurde gelegt, dann ist es eh nicht so gut. Da solltest du am besten gar nicht Heaven sein. Also wenn hinter Spot gelegt ist, sollte man eh nicht heaven sein. Nur Heaven sollte man sein, wenn offen gelegt wurde. Dann kann man ruhig diesen Flank hier rum gehen. Und dann kann man eh easier das Gift werfen. Deswegen habe ich den Fixpunkt von hier hinten safe. Und von oben kann man es so werfen. Das sind die Sachen für den A-Spot. Wenn man sich die ganzen Fixpunkte merkt, es sind viele, aber wenn man die kann, dann kann man den Spot wieder sehr lange aufhalten. So, jetzt zeige ich euch noch den B-Spot. Da machen wir nämlich weiter. So, da machen wir jetzt die B-Seite. Ich zeige euch erstmal eine Möglichkeit, wie ihr den Spot einnehmen könnt. Ihr habt hier eine Wall, wenn ihr in die Ecke geht und diesen Punkt zwischen der Lampe und der Wall genau mittig setzt. Habt ihr eine Wall, die hier so entlang geht, unten entlang und Rafters entlang. Auch später gut für den Afterplant. Hier oben Heaven kann noch aimen, ne? Aber dafür haben wir noch diesen Orb. Geht hier in die Ecke und ihr packt diesen Strich hier, ne? Zwischen eurer Orb-Ability hier, der hier, packt ihr hier unten in die Ecke rein. Einfach so. Weil wenn ihr jetzt B rausrennt, könnt ihr Wall-Off machen und den Orb und dann kann ich Heaven nur ganz kurz sehen, aber so gut wie gar nicht, ne? Hier kommt ja höchstwahrscheinlich auch noch eine Sage Wall hin, muss man aber noch nicht mal. So, so hat man auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit rauszukommen, weil man halt gedeckt ist, ne? Selbst wenn einer auch durch die Wall gegangen ist, zum Beispiel die Wall ist offen und der hockt schon hier vorne und aimt dann hier ab, bringt ihn das nichts, weil ja, weil ja der Orb noch aufgeht, ne? Diese beiden Sachen sind nur dafür da, dass man hier eine Chance hat, rauszukommen. Natürlich fliegen da noch andere Abilities, ne? Wie Flashes und sowas, aber so covert man schon mal sehr viel. Dann eine andere Wall, wenn ihr Heaven wegwallen wollt. Ihr geht hier rein, hinten an der Wand, so weit nach rechts, bis ihr hier unter dieser, unter diesem Rohr seid mit dem Punkt, so. Aber ihr macht jetzt nicht, ähm, die Wall da unter dem Rohr, sondern ihr geht rechts rüber, ihr bleibt aber da stehen. So, damit habt ihr nämlich Heaven weggewallt. So, hier ist zu, die können hier nicht peaken, müssen halt durch die Wall gehen. Klar, hier kann man dann stehen, aber, ähm, die Wall ist auf jeden Fall schon mal nervig. Und ihr könnt später im Afterplan auch wieder diese Wall hier nutzen. Wenn man, wenn ein Spieler hier von euch reinpushen möchte und das hier, und das hier halten will. Man muss natürlich nur aufpassen, dass hier niemand flasht dann wieder, ne? Aber hier kann man halt notfalls auch, hat man auch noch eine Wall, die man nutzen kann, wenn man das möchte. Man muss natürlich, das ist nur ein Extra. Ihr könnt die Wall natürlich auch so machen, dass ihr einfach auf dieses Rohr aimt und direkt das linke Rohr benutzt, also so. Und dann ist Catwalk auch zu, bisschen closer noch dran, aber hier sieht es nämlich dann so aus, dass man hier, die Wall geht dann ein bisschen weiter und dann muss man aufpassen, dass ihr hier vorne nicht langkommt. Ist auch nicht schlecht, weil so kann man zwischendurch mal peeken, aber ich fand's besser, wenn da zu ist. Kann man sich aussuchen, welche Wall man machen möchte. Ich wollte euch einfach beide zeigen. So, das sind auf jeden Fall schon mal die Walls. Dann haben wir noch ein paar Orbs, die ziemlich nerven. Man geht immer hier in die Ecke rein. Diesmal achtet man auf den Mittelpunkt von der Ulti und den packt man auf diesen Strich hier. Oder diese dunkle Stelle. Genau mittig einfach drauf. Dann kann man den Orb werfen. Den kann man einfach mal so werfen, ohne die Wall oder auch von mir aus Mid-Wall, weil damit kann man immer, sich langsam vorkontakten und die Defenders wissen nie, was abgeht, weil der Heaven hat keine Info. Der sieht hier nichts. Der, der auf der Kiste hockt, sieht nichts, wenn da einer drauf ist. Hier sieht man nichts. Also, der Einzige, der was sehen kann, ist der, der hier ist, der im Endeffekt pieken muss. Und wenn der aber piekt, kann man zum Beispiel da einen Operator abstellen oder so und kann sich halt darauf einstellen, dass hier einer pieken muss irgendwann. So, also, einfach mal gezeigt. Ich finde, der Orb ist sehr nervig und den kann man gut einsetzen, um alleine ein bisschen Stress zu machen am B. In der Zeit, das kann man ja auch gut als Fake nutzen. Man spielt mit Weiber B an, man wirft den Orb. Mates gehen mal die Runde A und die Runde davor hat man zum Beispiel mal mit dem Orb hier geholt und ist hier komplett explodiert und in der anderen Runde ist das jetzt halt nur ein Fake. Deswegen der Orb. So haben die halt weniger Infos, weil sie nichts sehen. Dann noch ein anderer Orb. Ihr guckt wieder auf den Mittelpunkt von der Ulti und diesmal packt ihr den aber, zeig es euch hier, hier ist ja diese Wand und hier ist noch dieses Metallteil und da packt ihr es genau unten links in die Ecke. Also genau so zwischen Wand oder auf dem Metallteil und close an der Wand. Dann wieder werfen und das ist ein Orb, der einfach die Sicht dort schützt sozusagen, dass sie da nicht aimen können. Dann seid ihr in die Richtung gesichert und dann könnte man halt hier mal vorgehen. Dann zum Beispiel mit der anderen Viper Wall oder so, weißt du? Einfach nur diesen Orb da, dass er wieder nervt. Ich wollte euch einfach mal beide zeigen. Ich denke mal, die meiste Zeit nutzt man eh diesen Orb, aber ich halt wollte den auch mal raussuchen, weil er halt einfach auch nervig ist. So, dann die Afterplant-Sachen. Auch sehr, sehr leicht eigentlich. Man geht hier für die, für hier hinten, wenn hier gelegt wurde, geht man hier in die Ecke und man packt, ihr seht hier diese, diesen Schlauch oder was das ist. Da geht, da guckt ihr hin. Ihr packt euer E von der Wall, hier das E hier unten, packt ihr genau oben drauf, dass es im Endeffekt auf dem Dach ist, also auf dem grünen Dach und auf dem Schlauch. Also einfach oben drauf so. So. Damit kann man dann auch nicht so gut peeken. Leute können nur hier vorne close peeken so rum, aber dann sind sie nah an der Wand. Das ist kein guter Peak, weil sie wollen meistens immer hinten rum gehen und hier kann ich defused werden. Also wenn man dann für Afterplant spielt, ne? Euren Orb habt ihr natürlich schon geworfen, indem ihr, weil ihr ja am Anfang mitgeht, ihr probiert ja hier rauszukommen, ihr geht auch weiter vor mit, ihr fightet hier noch ein bisschen, probiert, dass Mates of Spot kommen und dann, wenn da gelegt wird, könnt ihr euren Orb einfach werfen. Der reicht sogar so schon, ne? Der Orb ist echt riesig. Obwohl er würde nicht ganz reichen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Einfach, einfach da hinwerfen, dann wird schon ankommen. So, und dann könnt ihr hinten abdecken. Wenn die Zeit eh schon ziemlich schnell tickt, dann haut ihr schon mal das erste Gift raus, ne? Also wieder auf den Schlauch, euer Eder und dann, zack. Dann nebenbei macht ihr dann euren Orb auf, kommt das Gift an und ungefähr, jetzt könntet ihr dann das nächste Gift raushauen. Dann können sie nie defusen, ihr haltet wieder sehr, sehr lange auf und ja. Ist aber hier gelegt, da liegen ja die meisten an der Kiste, geht ihr hier in die Ecke, seht hier diesen grauen, ähm, Strich, weiß gar nicht was das ist, also vom Gebäude, vom Gebäude die Kante und oben drüber ist das Schild und dann packt ihr einfach euer Cross her, nicht auf die, wichtig, nicht auf diesen, auf die Unterkante von dem Schild, sondern richtig oben in das Grüne drauf, ne? Ein grauen Strich, komplett oben auf Schild, dann in das Grüne und dann teilt es hinten an der Wand ab und man kann hier nicht defusen. Und könnt da wieder lange aufhalten. Wichtig halt immer, dass der Orb mit drauf liegt, ne? So. Ansonsten haben wir eigentlich alles, das sind eigentlich so die B-Sachen, die ich euch zeigen wollte, sind die beiden wichtigen Fixpunkte für da und da und ja. Damit sind beide Plans eigentlich safe. Woanders legt man eigentlich meistens nicht, sondern es wird immer da und da gelegt. Wenn man Bock hat, kann man sich natürlich noch für hier einen raussuchen, wenn man da, wenn man gerne da legt oder sowas. Aber das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Spots hier an der Ecke und einfach Default. Ja, damit haben wir jetzt auch Split wieder besprochen. Ich werde auf jeden Fall auch noch Ascent machen. Haven eventuell auch. Aber ja, Haven ist eigentlich, also ich glaube echt, dass Viper auf allen Maps gut ist, wenn man Viper gut beherrscht und dort viel auf den Maps kann. So wie sie jetzt im Moment gebufft wurde. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder geholfen. Und ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob die Dinge gut geklappt haben. Allgemein gerne natürlich ein Like da lassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Wir kommen immer eins bis zwei Guides pro Woche und ich denke, da könnt ihr immer mal wieder was mitnehmen aus den Guides, was ihr noch nicht wusstet. Na gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video dann. Macht's gut.